Guck mal hier, das ist mein Homeserver, das ist aber auch ein Homeserver und das auch und hier und sogar der kleine Raspi hier. Ja, das finde ich auch verwirrend und ja, wir haben euch gehört. Ihr habt viele Fragen zu Homeservern. In diesem Video klären wir jetzt mal die häufigsten Fragen. Angefangen mit ganz basic Sachen, also wozu braucht man überhaupt einen Homeserver, welche Hardware ist am besten geeignet, wie viel muss man ausgeben, welche Platten nimmt man, bis hin zu Details wie, brauche ich ECC-RAM, was sind Fehler, die man machen kann und vermeiden sollte. Also, lasst uns direkt einsteigen. Bei den Antworten haben mich übrigens die beiden CT-Homeserver-Experten Peter Seering und Christoph Windeck unterstützt. Bleibt dran! Liebe Ecken, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Intel Vipro. PCs mit Intel Vipro und Intel Core Ultra Prozessoren sind optimal für aktuelle Geschäftsanforderungen gerüstet. Sie bieten umfangreiche Fernverwaltungsfunktionen und verbesserte Sicherheitsmerkmale. Unter anderem arbeitet Intel bei der Threat Detection mit CrowdStrike zusammen. Statt aber alles in die Cloud zu schicken, können PCs mit Neural Processing Unit die Erkennung lokal erledigen. Ohne NPU würde das Ganze 20% CPU-Leistung kosten, mit NPU lediglich 1% CPU. Außerdem dank NPU möglich die Simultanübersetzung von Zeichensprache in gesprochene Sprache. Damit können gehörlose oder gehörgeschädigte Menschen einfach mit hörenden Menschen kommunizieren, die keine Zeichensprache beherrschen. Omnibridge heißt das Ganze. Umfangreiche Ökosystem-Partnerschaften sorgen für viele weitere KI-Funktionen und Apps für Intel Core Ultra Prozessoren noch in diesem Jahr. Erbung Ende. So, los geht's. Frage 1. Was genau ist mit Heim-Server oder Homeserver überhaupt gemeint? Ja, sehr gute Frage, weil das ist halt einfach keine scharf umrissene Gerätekategorie. Wenn wir hier das Wort benutzen, meinen wir damit einen sparsamen und typischerweise auch möglichst leisen und im besten Fall dann auch noch kompakten Server für die, und das ist wichtig, private Nutzung, also zu Hause. Viele Leute verwenden dafür ein fertig gekauftes NAS, also Netzwerkspeicher mit vorinstallierten Betriebssystemen von Synology, von QNAP oder neuerdings auch von Ugreen. Andere setzen stattdessen auf einen Raspberry Pi oder einen anderen Ein-Platinen-Computer oder einen kleinen Server als Fertiggerät, gebrauchte Thin-Clients oder einfach einen alten Desktop-PC. Typischerweise läuft auf Heim-Servern Linux-basierte Software. Und ja, man kann sich auch mit Windows ein Homeserver bauen, aber man kann sich auch mit der Faust immer auf den Kopf hauen oder man kann auch auf dem Nagelbett schlafen oder man kann auch Toastbrot statt Tomaten auf Pizza drauf machen. Ja, also im Ernst, es gab ab 2007 tatsächlich mal ein Produkt namens Windows Homeserver. Das wurde aber dann ein paar Jahre später wieder eingestellt. Ja, vermutlich aus gutem Grund. Frage Nummer 2. Was ist der Unterschied zwischen einem NAS und einem Homeserver? Was kann ein Homeserver denn überhaupt besser? Also das ist so, man kann sich theoretisch einen Homeserver vorstellen, der kein NAS ist, also auf dem nur irgendwelche Serverprogramme laufen mit ein bisschen Speicher, aber der keinen Speicherplatz im Netzwerk zur Verfügung stellt. Aber meistens kombiniert man das. Und ein NAS wiederum ist in den meisten Fällen ein super Homeserver. Die NAS-Geräte sind bei QNAP und Synology über mehrere Generationen gereift und die lassen sich vergleichsweise leicht in Betrieb nehmen. Und die haben auch vorinstallierte Software auf Linux-Basis, die haben sowas wie ein App-Store, wo man Plugins installieren kann und Docker-Container. Und das ist halt alles sehr einfach zu bedienen und kann man schlüsselfertig kaufen. Wir kriegen auch automatische Updates, was auch ein Vorteil ist. Ja, und weil die Geräte in größeren Stückzahlen mit einheitlicher Firmware produziert werden, arbeiten die auch recht zuverlässig. Und ja, und für viele Probleme finden sich auch schnell Lösungen. NAS haben meist auch ein ganz gutes Kühlkonzept für Festplatten. Das bekommt man bei so einem PC-Selbstbau nicht so leicht hin. Ja, und der Einbau und Austausch von 3,5 Zoll Festplatten, das funktioniert bei NAS auch meistens super einfach. Dagegen sind diese Schnellwechselrahmen, die NAS haben, für PC-Gehäuse super teuer. Aber NAS haben natürlich auch Nachteile. Für mich ist der wichtigste Grund, dass sie mir einfach zu laut sind, weil da laufen meist permanent Lüfter und das nervt mich. Und NAS bekommen nach Ablauf der Support-Frist auch keine Sicherheits-Updates mehr. Und außerdem lässt sich auf den meisten auch kein anderes Betriebssystem installieren. Zumindest nicht so einfach. Und NAS für unter 500 Euro, also ohne Festplatten, haben außerdem auch bislang höchstens vier CPU-Kerne und maximal 32 GB RAM. Also zur Zeit, also Mitte 2024, da hat so ein PC-Selbstbau-Home-Server Vorteile, wenn man mehr und stärkere CPU-Kerne haben will oder mehr RAM. Bloß bei so einem selbstgebauten Home-Server hat man natürlich keine Gewährleistung und Garantie auf das gesamte System, muss sich selbst ums Betriebssystem kümmern, das sicher konfigurieren und auch die Wartung selbst machen. Frage Nummer 3. Wozu braucht man denn überhaupt einen Home-Server? Ja, und auch darauf gibt es natürlich etliche Antworten. Bei mir war das so, dass ich gerne so ein Pie-Hole haben wollte. Inzwischen benutze ich Edgar at Home, aber das ist ungefähr das Gleiche. Das ist also so ein Malware- und Werbeblocker auf Netzwerkebene. Haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und das fand ich einfach mega cool, dass ich einfach nur so einen kleinen Raspi ins Netz hänge und dann auf meinem Smart-TV keine Werbung mehr hatte. Also und auf allen Handys und auf allen Tablets einfach keine Phishing-Sites und Werbung mehr. Also super praktisch. Ja, und dann habe ich mir da noch Plex drauf installiert, also quasi mein eigenes Netflix. Mit einer super schönen Oberfläche. Da gibt es übrigens alternativ auch Jellyfin als Open-Source-Variante. Ja, und da war ich angefixt. Und da habe ich dann immer weiter rumgebastelt und immer mehr Software installiert. Und wenn ich mir hier so die Klickzahlen auf die Home-Server-Videos angucke, dann geht euch das auch so. Was übrigens auch viele Leute mit einem Home-Server machen, das ist Nextcloud installieren. Das ist dann so der eigene Cloud-Service, also sowas wie eine eigene Dropbox. Nur halt für Leute, die ihre Daten keinem externen Unternehmen anvertrauen wollen. Oder man stellt sich halt seine eigene E-Book-Bibliothek ins Netz auf so einem Server. Oder die Foto-Verwaltung zum Beispiel mit Immig. Oder macht einen eigenen Mail-Server. Oder baut sich zum Beispiel auch eine eigene Smart-Home-Zentrale. Da gibt es unfassbar viel. Also hier zum Beispiel mal bei Unraid die im Moment meist installierten Apps. Viele davon kenne ich überhaupt nicht. Super interessante Sachen dabei. Und was man nämlich auch nicht vergessen darf, für viele von uns ist das halt auch einfach ein Hobby. Weil das halt auch Spaß macht, da so rumzubasteln auf dem Server und neue Programme auszuprobieren. Deshalb nennen manche Leute das Ganze auch Home-Lab. Weil sie da halt immer die ganze Zeit dran rumfrickeln. Und das, was man dabei so lernt, das sind halt definitiv nützliche Skills. Weil halt auch echte, große Server nicht viel anders funktionieren. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man mit so ein bisschen Home-Server-Erfahrung irgendwie direkten Rechenzentrum administrieren kann. Aber nützlich sind die Sachen, die man lernt, natürlich trotzdem. Wofür benutzt ihr euren Home-Server? Oder wenn ihr noch keinen habt, wofür würdet ihr den benutzen? Und das ist wirklich interessant für uns, für zukünftige Videos. Weil das halt so ein riesengroßes Thema ist und wir da irgendwie fokussieren müssen. Also, was macht ihr genau damit? Schreibt das gerne in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke klicken. Video geht weiter, nicht abschalten. Frage Nummer 4. Welches Betriebssystem empfehlt ihr für Home-Server? Zu dieser Frage haben wir schon ein eigenes Video gemacht. Grundsätzlich eignet sich dafür fast jede Linux-Distribution. Möglichst mit langer Supportfrist, also LTS, Longtime Support, das ist meistens so 5 Jahre. Aber es gibt natürlich auch speziell für Server oder Heim-Server oder Home-Server ausgelegte Betriebssysteme. Darunter zum Beispiel Proxmox als Basis für Virtualisierung oder Unraid oder Open Media Vault um V mit NAS-Funktionen. Proxmox und um V sind kostenlos. Unraid kostet Geld. Frage Nummer 5. Wieso reitet ihr in den Videos und in CT immer auf dieser Leistungsaufnahme im Leerlauf rum? Ja, ganz klar. Home-Server verbringen den bei weitem überwiegenden Teil ihrer Betriebszeit mit Nichtstun. Selbst wenn ihr täglich zum Beispiel 50 GB an Daten von oder zum Home-Server kopieren würdet, dann dauert das bei 1 GB Ethernet nicht mal 7 Minuten. Die meisten Home-Server arbeiten täglich weniger als eine Stunde. Die restlichen 95% ihrer Laufzeit dämmern die nur vor sich hin. Deshalb dominiert die Leistungsaufnahme im Leerlauf den durchschnittlichen Energiebedarf pro Jahr. Das ist bei den meisten privat genutzten PCs auch so, aber beim Home-Server ist es eben noch krasser, weil man die normalerweise ja nie ausschaltet. Frage Nummer 6. Ja, und wie finde ich Server-Hardware, die im Leerlauf sparsam ist? Kurze Antwort, guckt CT3003 und lest CT. Die lange Antwort ist nämlich kompliziert, weil die Leistungsaufnahme eines Computers im Leerlauf von vielen Faktoren abhängt und Angaben dazu nur in wenigen Datenblättern stehen. Das kommt vor allem auf die Kombination aus Mainboard und Netzteil an. Moderne Prozessoren können im Leerlauf in tiefe Schlafzustände umschalten, aus denen die innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder aufwachen. Dieser Sparschlaf gelingt aber nur, wenn im BIOS des Mainboards alles optimal konfiguriert ist. Und genau das vernachlässigen viele Board-Hersteller. Daher fressen viele Mainboards deutlich mehr Leistung als nötig. Außerdem sollte das Mainboard keine zusätzlichen Zusatzchips mitbringen, also zum Beispiel PCI Express, PCI Bridges oder USB-Hubs. Das Netzteil wiederum muss Spannung auch bei schwacher Last effizient wandeln. Und das steht auch nicht im Datenblatt, weil zum Beispiel die 80 Plus Zertifizierung oft erst oberhalb von 60 Watt greift. Im Leerlauf kommen sparsam mit Desktop-PC-Boards jedoch mit 10 bis 15 Watt aus. Bei dieser Schwachlast schaffen viele PC-Teile dann leider nur 60 bis 70 Prozent Wirkungsgrad und verschleudern deshalb mehr als 4 Watt. Frage Nummer 7. Welchen Prozessor braucht ein Homeserver? Ja, das hängt davon ab, was ihr damit machen wollt. Viele Menschen, so wie ich auch, sind ja mit so grundlegenden NAS-Funktionen erstmal zufrieden. So Sachen wie AdGuard, Pyro, Plex und 4 Platten dran oder so. Dafür reicht dann zum Beispiel auch ein Ein-Platinen-Computer wie ein Raspi mit 4 älteren Armkernen. Ja, und solche Chips, die rechnen eh nicht schnell wie 15 Jahre alte PC-Prozessoren. Das reicht schon bei so einem Fileserver mit RAID 1 ohne Verschlüsselung für vollen Durchsatz über eine 1 Gigabit Ethernet-Leitung. Also ungefähr 100 Megabyte pro Sekunde. Und ja, und auf so einem Gerät kann man auch ein paar einfachere, wenig leistungshungrige Dienste zum Beispiel im Docker-Container laufen lassen. Also zum Beispiel Plex oder bestes Beispiel ist Piehole oder AdGuard Home, das läuft echt auf einer Kartoffel. Also in den meisten NAS unter 700 O stecken x86-Prozessoren, die eigentlich für billige Notebooks entwickelt worden sind. Also die System-on-Chip-CPUs von Intel aus den Baureihen Celeron N, Celeron J, Pentium Silver und Older Lake N. Also zum Beispiel der N100, N97 zum N100 haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Da habe ich mir so einen passiven Mini-Server gebaut für die Größe und die Leistungsaufnahme extrem leistungsstark. Einige wenige NAS nutzen auch Embedded-Prozessoren von AMD ein, so zum Beispiel Ryzen Embedded V1000. Aber generell leisten all diese Chips viel weniger als etwa ein aktueller Core i5-14400 oder der rund vier Jahre alte Sechskerner Ryzen 5 4600G, der unter 100 Euro kostet. Trotzdem können NAS mit 10 Watt-Prozessoren mehrere Dienste, VMs und Container gleichzeitig ausführen und auch verschlüsselte Daten mit voller Gigabit Ethernet-Geschwindigkeit auf ihre Platten schreiben. Und die eignen sich für File-Server mit 2,5 oder sogar 10 Gigabit pro Sekunde, solange nicht zu viele Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig darauf zugreifen. Will man allerdings mehrere VMs auf dem Server packen, dann wünscht man sich oft pro VM einen separaten CPU-Kern oder wenigstens für jede VM einen Thread, also einen logischen CPU-Kern. Wenn die einzelnen VMs jeweils nicht ihre Arbeit verrichten, dann kann man auch noch mehr draufpacken. Die Leistung der einzelnen Kerne ist dabei auch nicht so wichtig, zumindest bei einigermaßen aktuellen Prozessoren sind die eigentlich für alles schnell genug. Frage Nummer 8, wie viel RAM braucht ein Heim-Server und wie schnell sollte der sein? Ja, auch hier kommt es natürlich immer drauf an, was der Heim-Server tun soll. Für einen reinen File-Server genügen schon 2 Gigabyte, weniger als 8 Gigabyte wird man jedoch kaum einbauen, weil ein DDR4-Speicher-Regel mit dieser Kapazität nur 25 Euro kostet. Wer dagegen so ein Dutzend VMs mit jeweils 4 Gigabyte betreiben will, braucht dann aber natürlich mindestens 48 Gigabyte. Die RAM-Geschwindigkeit ist für typische Aufgaben von so einem Home-Server völlig unerheblich, Hauptsache es ist genug vorhanden. Es spielt auch keine Rolle, ob man ein oder zwei RAM-Kanäle bestückt, außer in Sonderfällen, die die Rechen- oder 3D-Performance eines in der CPU integrierten Grafikprozessor nutzen. Und kauft bloß keinen Übertakter-Speicher, der seine beworbene Taktfrequenz nur mit XMP- oder Expo-Profilen oder erhöhter Betriebsspannung schafft. Das klappt nämlich nicht immer stabil und treibt vor allem die Leistungsaufnahmen hoch und das will man bei Home-Servern nicht. Diese Overclocker-Dims, die haben oft so Zierbleche, am besten welche ohne nehmen. Und die bekommt man in den Standard-Geschwindigkeitsklassen DDR4-3200 oder DDR5-4800 problemlos. Frage Nummer 9. Bringt das Vorteile, Speichermodule mit dem Fehlerschutz Error-Correction-Code ECC einzubauen? Theoretisch schon. Praktisch ist es nicht klar und ziemlich aufwendig. Also zur Theorie, ECC erzeugt beim Schreiben redundante Informationen, anhand derer sich beim Auslesen die bei weitem häufigsten RAM-Fehler korrigieren lassen. Nämlich sämtliche Einzel-Bit-Fehler, 2-Bit-Fehler werden zwar erkannt, aber nicht alle auch korrigiert. Bei Profi-Servern ist ECC-RAM eine typische Funktion. Der Fernwartungschip solcher Geräte protokolliert dabei auch RAM-Fehler, weil diese oft auf Defekte eines Dimm-Riegels hinweisen. ECC-RAM ist jedoch nur nutzbar, wenn drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Das System braucht nicht nur die etwas teureren ECC-Speichermodule, sondern der Prozessor muss auch einen ECC-tauglichen Speicherkontroller haben und auf einem Mainboard sitzen, das zusätzliche Leitungen für ECC im Speicherbus hat und dessen BIOS ECC auch einschaltet. Intel und AMD ermöglichen ECC-RAM nur bei ausgewählten CPU-Versionen und bei Intel auch nur in Kombination mit bestimmten Chipsätzen. ECC-taugliche Hardware ist oft teurer als normale PC-Technik und viele Serverboards schlucken im Leerlauf auch mehr Strom. Nach unserer Einschätzung ist ECC-RAM für Heimserver verzichtbar. Auch bezahlbare NAS ohne ECC-RAM laufen nach unseren Erfahrungen oft jahrelang fehlerfrei. Das verbreitete Missverständnis, man solle das Dateisystem ZFS möglichst nur auf Computern mit ECC-RAM nutzen, wurde auch schon vor vielen Jahren widerlegt. Frage Nummer 10. Kann ich ganz normale Desktop-PC-Festplatten in einen Homeserver stecken? Oder sollten das speziell welche für NAS sein? Weder noch. Wir raten inzwischen dazu, für Server ausgelegte Festplatten zu kaufen. Wenn diese jeweils mehr als 10TB speichern sollen. Denn die speziellen NAS-Platten sind oft teurer, aber mechanisch baugleich. Und die ehemals für Privatleute sinnvollen NAS-Platten mit niedrigen Drehzahlen, die dadurch leiser und sparsamer liefen, die gibt's jenseits von 12TB kaum noch. Die modernen, heliumgefüllten Serverplatten sind im Leerlauf recht sparsam und leise, rattern dann bei Zugriffen aber deutlich hörbar. Das lässt sich aber kaum vermeiden, denn die sollen ja auch fest verschraubt sein. Rein für Desktop-PCs ausgelegte Platten sind nicht für Dauerbetrieb gedacht und die Hersteller nennen dafür geringe Obergrenzen für die pro Jahr übertragenen Datenmengen, zum Beispiel nur 55TB. Bei Server-Platten beträgt dieses sogenannte Workload-Limit oft das Zehnfache. Wenn ihr ein RAID einrichten wollt, dann kauft am besten Festplatten mit Conventional Magnetic Recording, CMA, also der sozusagen klassischen Aufzeichnungstechnik. Manche Laufwerke nutzen Shingled Magnetic Recording, SMA, mit teilweise überlappenden Spuren und damit drohen Probleme bei der Reparatur von RAID-Verbünden, also beim RAID-Rebuild. Also sprich, das geht dann erst, aber sobald im RAID-Verbund eine Platte ausfällt und dann eine neue mit SMR einbaut, dann kann es sein, dass das System sagt, die Platte ist so langsam und den Wiederaufbau verweigert. Frage Nummer 11. Ich möchte einen möglichst kompakten Home-Server, aber trotzdem viel Speicherplatz. Kann ich nicht Platten einfach per USB anschließen? Ganz kritische Frage. Also ich persönlich, nur ich, nur ich, nicht die City-Redaktion, nur ich persönlich, nutze seit über zwei Jahren einen Home-Server mit vier 2,5 Zoll USB-Platten, jeweils 5TB, zwei sind von Seagate, zwei von WD. Und was soll ich sagen, die funktionieren problemlos. Die schalten ihren Motor ab, wenn sie nicht benötigt werden und sind dann komplett unhörbar, sparen Strom, sparen Lebenszeit, weil ich das System nicht ständig brauche. Dauert das Hochfahren dann zwar 10, 20 Sekunden, aber das stört mich null. Achso, ja, und meine Docker-Container und so weiter liegen auf einer SSD, die benutze ich auch als Cache, das heißt, da speichere ich dann tagsüber meine Daten drauf, wenn ich was zu speichern habe. Und erst nachts werden die dann auf die USB-Festplatten drauf kopiert. So, das ist meine persönliche Erfahrung. Meine Kolleginnen und Kollegen bei CT würden als offizielle Empfehlung aber nur eine einzelne USB-SSD empfehlen und keine USB-Magnet-Festplatten. Vor allem nicht mehrere. Also die empfehlen ganz klar den Einbau von SATA-Platten in ein PC-Gehäuse oder NAS. Weil der externe Anschluss via USB-Kabel, das birgt halt Risiken. Also zusätzliche Störstellen, Kompatibilitätsprobleme und die Gefahr, dass jemand versehentlich das Kabel rauszieht oder hochkantstehende Platten umstößt. Und USB-Festplatten mit 2,5 Zoll-Laufwerken, die sind zwar sparsam, viele nutzen aber dieses Schingled Magnetic Recording, also dieses SMR, was für RAID eben nicht zu empfehlen ist. Und manche externen 3,5 Zoll-Festplatten mit USB-Anschluss, die haben ziemlich ineffiziente Netzteile und die schlucken einzeln, also eine einzelne Platte bis zu 12 Watt. Und dann sogar beim kompletten Nichtstun mehrere Watt. Und das macht dann den größten Vorteil von so einem sparsamen Mini-PC oder Raspberry Pi halt wieder komplett kaputt. Und dann gibt es ja auch noch so externe USB-Gehäuse für mehrere 3,5 Zoll-Laufwerke und die können sogar noch größere Nachteile haben. Die haben oft laute Lüfter, die haben oft auch eine sehr hohe Leistungsaufnahme, irgendwie proprietär umgesetzte RAID-Funktionen. Und letzteres kann dann sogar zu Datenverlust führen, wenn das USB-Gehäuse ausfällt und dann nicht mehr lieferbar ist oder so. Ja, das waren die häufigsten Fragen zu Homeservern. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr habt, gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss! Tschüss!